Zweier am GTI ist er wieder bei 344 Punkte, das bedeutet für Martin Rang 8. Auf Rang 6, Robert Weser aus Dresden von der WG Reizenhof auf dem Piat Punto. So, die zwei haben doch irgendwas auszumachen, da gibt es noch einen kleinen Sekt, äh noch, für was ist der eigentlich? Hey, das wird nicht gesprochen. Ronny, sei nicht zu neugierig. Der will das gar nicht. Das hat einen Grund, die zwei haben ein Geheimnis. Die Geheimnisträger unter sich. Hab ich schon gemerkt, so. Und wir kommen zur Siegerung, der 5. Platzierte ist Lars Köhler aus Lindenhausen, Köhler Team. Auf Wunder. Mit 476 Punkten konnte er die 6.5 erreichen. Auf Wunder. Auf dem nächsten Platz nach vorne gekommen, auf Rang 4. Martin Knobloch aus Langen-Hennersdorf von Werte Langen-Hennersdorf auf der Fiesta 524 Punkte auf Rang 3 und somit erklettert das Podium Stefan Hildner aus Hennersdorf vom Hildner-Team und 2,590 Punkte und auf dem 2. Platz ich weiß nicht, ob Sie da sind das Team Franz Lieberl und Martin Januszek also Sie sind glaube ich beide nicht da für unsere tschechischen Sportfreunde wir werden vertreten von der Martina auch Bugl genannt also nimm bitte diese Pokale auch entgegen also damit wäre das Team auch hier geehrt und der Sieger ebenfalls aus Tschechien kommend Thomas Luchor auf Skoda auch hier wird er vertreten und der Sieg auch hier sind die Äh auch hier